Ich weiß nicht, was passiert, wenn die uns erreichen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob einfach die Bogenschützen dann schießen. Der ist auf jeden Fall schon ziemlich nahe. Und BÄM! Aber Gegner sind tot. Hä, muss ich hier keine Wachtüren oder so zerschießen? Jawohl, das hat es jetzt voll gelohnt, den einen hier abzuschießen. Okay, dann auf zum dritten. Ah, ne. Oh, scheiße. Alles, alle rein, alle rein. Alle! So, verdammte Scheiße, das gibt es doch manchmal echt gar nicht. Oh, Leben. Hier sind Wachtürme. Warum sagt mir das denn jemand? Und der hat mich jetzt voll genervt hier. Zack. Oh. Das ist aber was, was mir nicht so gefällt. So ein Anführer. Der macht so einen Schergen ja in einem Hit weg. Der steht noch. Ich glaube, der steht wieder auf. Und zack. Ja, jetzt hat sie zerrissen. Genau so muss das so nicht anders. Ah, mit Rechtsklick kann ich noch zielen, das wusste ich gar nicht. Piu. Ne, nicht im Ernst. Reicht das jetzt genau nicht, oder was? Piu. Doch, es reicht. Leben die noch? Ne. Äh. Ja, dann war es das jetzt eigentlich, glaube ich. Ich schieße doch mal kurz da hinten hin. Vielleicht, ich sah ja noch was. Ein bisschen scouten muss auch sein. Ah, hier. Das kann man doch auch mit dem Katapult zerschießen. Das muss man wahrscheinlich mit irgendwelchen Bomben. So, wie ich das kenne. Aber. Wir können das auch so. Bäm. Und da oben nämlich auch noch. Das müssen wir sehen. Okay. Komme ich über den Felsen drüber. Ja, über den Felsen komme ich, aber ich komme nicht so weit da nach hinten. Ne, das ist ein bisschen scheiße jetzt. Weil das ist so ein Lebensteil. Und das kriegst du bestimmt nur, wenn du da oben durchgehst. Ja, ich komme. Okay, so weit. Kommt jetzt auch nicht. Ja, ich schieße. Ja, ich schieße. Das schaffe mir auch irgendwie so. So, zu dem Mann. Oh, das ist halt so scheiße. Das ist halt so scheiße. Boah. Reg mich nicht auf, Junge. Reg mich nicht auf. Das gibt es manchmal nicht, die Dummheit von den Schergen. Ohne Witz. Ohne Witz. Nein. Da. Wieder kurz Energie auftanken. Boah. So, muss das. Hier gibt es wieder Wölfe. Sehr schön. Das, äh, ist ja super. So, Wölfe. Meine Wölfe. Meine Wölfe. Meine Wölfe. Oh. Okay, wir lassen das Teil zwar hier stehen. Ja, ich hab's doch gewusst, ey. Verdammt auch Bomben. Dings. Fickt euch, man. Fickt euch! Bitte nicht, wenn die das jetzt anzünden. Ah, das ist jetzt heikel. Genau, und dann rollen die noch so weit, so verschissen. Tu es! Huch, die sterben nicht dran. Also, weder meine Schergen noch die Gegner. Okay, doch, jetzt ist die Formation, glaube ich, zerschlagen, oder? Oder fast. Komm, schmeißt! Okay, das war's. Voll Juden. Das war's mit euch, weil ihr so dumm seid. Ach nee, scheiße. Fuck, das muss ich auch irgendwie hinkriegen. Genau, stimmt ja. Nee, nicht ein Wolf. Sollen die scheißen blauer? Ach, eh kein Schwanz. Komm, schafft ihr das hierhin? Äh, ich weiß nicht, ob sie's schaffen, oder nicht. Uhu. Boah, du bist so scheiße, du blauer, ich sag's dir. Nein! Fickt euch! Boah, ey! Das gibt's doch nicht, die Dummheit von meinem verdammten Idioten, ey. Boah! Nicht im Ernst, Leute. Nicht im Ernst. Jetzt kommt doch wenigstens her, ihr verdammten Wichser, ey. Boah! Der eine blaue, weil der nicht zurückkommen wollte. Ich meine ganze Armee draufgegangen. Okay, nicht die ganze, aber fast die ganze. Nun sind hier alles so Schwächlinge dabei. Boah! Was denn? Jetzt habe ich zu wenig Grüne wieder mitgenommen. Das gibt's doch nicht. Die Dummheit wieder. Boah! Die kommen nie zurück. Und dann, genau, in dem dümmsten Moment, kommen die wieder. Komm, schmeiß schon. Jetzt hol das! Du verdammter... Und dann... Boah! Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist ja dran verreckt. Ja, ist mir egal. Und das ist mit der Kamera wieder. Boah! Wie dumm, die manchmal einfach nur sind. Ja, jetzt haben sie selbst aufgesprengt. Toll. Oder? Ja. Super. Und jetzt habe ich natürlich keine Wölfe hier. Auch super scheiße. So. Sterbt. Weg, 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 weg! Alter, der lebt noch! Stirbt dran, ey. Scheißvieh. Zurück, 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 Leute! Schießt! Nein, uns hat nicht gereicht, Will. Ja, jetzt kommt die aber wieder zurück, oder? Boah! Meine Dummheit manchmal ist so unglaublich. Holt den! So, jetzt. Den kriegt ihr doch wohl down, ey. Verdammte Scheiße. Okay, haben wir das Horrorszenario hier auch hinter uns gebracht. Meine Fresse, ey. Meine Fresse, das gibt's nicht manchmal. Also echt. Los jetzt. Mach doch. Ja, was ist denn jetzt? Ah, ja, genau. Wölfe brauche ich noch. Zwei, drei. Also so viel wie es geht natürlich. Ich glaube, ich habe nur 17 von 20 rausgeholt. Glaube ich. Oder? Ah, ich kann wieder 20. Okay. Sehr schön. Oh, nee. Scheiße, jetzt habe ich alles. Ach, komm. Fick drauf. Eure Gesundheit hat sich gebäßt. Meine leider nicht. Ach, ja. Also, jetzt. Das gibt's manchmal nicht. Huh, warum habe ich jetzt wieder so wenig Lebenspunkte? Hat sie vorhin schon so wenige? Hä? Ich habe doch geschaut. Ich dachte, ich war... Die Lebenspunkte waren voll. Naja, egal. Egal. Jetzt kommt's auch nicht mehr drauf an. Ich habe doch wieder 12 Blaue dabei, von denen, die einen nicht am wenigsten bringen, haben die wieder Meissen mitgenommen. Aber egal. Also die Blauen, ich dachte, die am Anfang, dass sie gleich klüger sind, ja, aber ich habe mittlerweile... Boah, wie geil ist das denn zum Steuern, bitte. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass die Blauen die Dümsen von allen sind. Habt ihr jetzt aufgesammelt, meine Freunde? Ja, wollen, dunklen Kristall nochmals. Sehr schön. Also die Brauen sind ja noch klüger und die sind schon scheiße. Ich meine, schau doch das mal an hier. Wie sie es nicht geschissen kriegen, sich wieder einzuformieren. So, jetzt leck ich mich doch am Arsch, ey. Was gibt's hier noch Schönes? Auf zum nächsten, Hügelort. Leider hat das Kaiserreich darauf anscheinend ein Vor errichtet. Kein unüberwindbares Problem, meine ich. Ein Vor... Ähm, was machen wir denn jetzt eigentlich kurz? Weil da stand so ein Scheißturm, ne? Ich glaube, ich werde den jetzt kurz wegballern mit dem Katapult. Wo ist das viel hin und her gelaufen? Bei der Drecksmission hier. Na ja. Meine Scheren sind gerade mal zu 150% ausgerüstet. 150? Vorhin waren es, glaube ich, 250 von 300. So, da geht's da rein. Das war schnell. Das war eine Geduld am Ende. Soll ich doch eigentlich zerschießen können, den Turm da? Denk ich jetzt mal. Und so. Oder? Kann ich den nicht zerschießen? Das muss auch gehen, verdammt. Piu! Es geht genau nicht, oder was? Das ist natürlich ein bisschen... Ärgerlich! Es geht genau nicht. Scheiße! Aber das hier geht. Piu! Wow. Wie schlecht war das denn? Piu! Piu! Jawoll! Jetzt hat... Der hat aber gesessen. Ganz kleines bisschen noch nach links. Nee, wieder zurück nach rechts und... Piu! Alter, wie viel... Wie viel die aushalten? Voll krank. Formation durchbrochen, oder was sagst du? Jawoll. Sehr schön. Das Tor da, muss ich das vielleicht auch zerschießen? Das sieht mir so aus, als wäre das so zerschießbares Tor. Hm, ich frage mich, wie es richtig geht. Ich glaube nicht, dass es der Sinn ist, dass ich hier wieder zurückgehe. Muss ich das zerschießen? Wirklich? Kannst du fast nicht glauben. So, noch ein Schuss, dann gehen wir. Piu! Okay, das muss ich nicht zerstören. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Okay, aber das... Der Kampfturm da, der nervt mich ja schon ein bisschen. So, ich meine... Alter. Wo... Wo... zur... Hölle? Ne Ne, nicht im Ernst Das gibt's nicht, eure Idiotie manchmal, Leute Boah, jetzt muss ich die auch noch abholen Oh, Leute Wie bescheuert sind denn die Blauen? Ich dachte nur noch, die Roten klüger Und ich dachte, die Roten sind die dümmsten von den Dummen, eh Wie die manchmal eher einfach das Feld anzünden, wenn die eigenen drinstehen und so Aber die Blauen, die schaffen das